Und ansonsten geht's jetzt mal weiter Richtung Questort. Nur schön, dass ich jetzt einmal im Kreis gelatscht bin. Und den ganzen Vater umsonst gelaufen bin. Na, die 10 Ausdauer haben's jetzt nicht gebracht, aber die Masse wird's wahrscheinlich richten. Ich sag nur 12 mal mach, oder? Oh, Wölfe. Nen, Fuchs. Da brauch ich doch mal direkt einen Bogen jetzt mal. Hör mal. Hör mal, einen Bogen. Einen alten Nordbogen und Eisenpfeile. Kommt direkt mal auf Favoriten. Und bei den Favoriten kommt jetzt mal... Ne, Moment. Jetzt erstmal... Ne, Stahlpfeile ist schon mal weg. Ich glaub, die waren stärker, die Nordpfeile. Hoffe ich jedenfalls. Egal. Wo ist denn mein... Wo ist denn der Bogen? Ach da. Wo war der Fuchs? Kein Fuchs. Boah, was ist denn? Ein Säbelzahntiger. Krass. Er ist mal die Augen rausgepoolt. Und ich hoffe, ich hatte einen Löffel mit. Oh, ich glaube, ich komm langsam an. Ja. Also ehrlich gesagt, ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich jetzt hier im Wasser gehe, aber... Aber, na gut. Oh nein. Ach, ne, geht. Dachte, ich werde so voll mitgerissen und dann hier runter. Oh, das wäre scheiße. Das gibt es doch nicht. Ich will doch nur da hoch. Dazu muss ich jetzt auf diesen Berg. Oh, ist das ätzend, ey. Voll arisch. Mann, ey, warte, da ist irgendetwas. Ey, warte mal. Ein Schrein. Dunkelwasserpass. Da laufe ich doch direkt mal rein. Namira ist der daedrische Prinz der Dunkelheit. Der im Dunkeln haust. Oh. Warte, ich brauche mal ein bisschen mehr... Zerstörung. Irgendein Ei. Okay. Falmer. Boah, sind die krass. Sind die krass. Nein, spann den Pfeil. Ich glaube, ich treffe gar nicht, kann das. Das kann. Ah, ich bin schon voll. Sauber. Au. Oh, fuck. Jetzt kommen noch zwei an. Du bist vergiftet. Hilfe. Lydia. Oh, Mist. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, fuck. Ein Trank. Her mit dem Trank. Zaubertrank der Heilung. Voll Energie. Auch wenn es schnell gehen muss. Ja, bitte. Tu es. So weit weg. Wart mal. Nein. Boah. Jetzt macht der einen Crit, kurz bevor der abkackt hat. Das gibt es doch gar nicht. Was für ein Scheiß. Oh, er macht mich kalt. Ich mache ihn heiß. Tschüss. Ein, was ist das? Ein Falmerrohr. Ich will nicht sein Rohr. Boah, Falmer, Kriegsachs. Lass mal Fall mal. Vielleicht bin ich so der geborene Bogenschützer, glaube ich. Ach, guck mal, da. Ich komme aber irgendwie hier von der Seite hochkandert. Oh, fuck. Flamme an. Nein, nicht mit mir. Und mal speichern. Jetzt sind zwei tot. Sauber. Oh, ein Falmer Bogen. Fall mal Pfeil. So, jetzt fehlt nur noch einer, der hier gerade rumlungerte. Wo hat er sich voll... Oh, boah. Tiefer geht es nicht. Bam. Was nimmt der denn für eine Haltung ein? Boah, Rüstung 32. Und die Falmer Kriegsachs. Das nenne ich tief. Hier müsste man sich ja gut aufleveln können in dieser Höhle. Da die Gegner ja relativ stark sind. Die halten aber viel aus in Sachen Flammen. Blocken verbessert. Oh, fuck. Los, heile dich. Ich brauche mehr Heilpower. Aber Heilungszauber würde ich jedem empfehlen, der das Spiel spielt, weil... Magiker lädt sich relativ schnell wieder auf. Oh, ein Knopf. Boah. Fast Lydia zerrissen? Okay. Was war das? Nein, hier reden welche. Ein Falmer Schleicher. Ein Falmer Schleicher. Boah, ich weiß gar nicht, was Jungen die machen würde. Elendig vorrecken. Oh, ein Schamanenschlüssel. Jetzt kann ich Schamanen öffnen. Schwaches Gift nehme ich mit. Komm her. Komm her. Klatsch. Ach, mir ist das ja noch einer. Lydia sagt, oh. Da lag aber gerade irgendwo noch ein Buch rum. Verzeichnis der Waffenverzauberung. 29. Der Arkana Verzauberer. Komm her. Entzaubern. Nee, hör mal. Magikarien regnet sich 20... Ich glaube, das habe ich schon mal auf meine Rüstung angewandt, war 1%. Aber ich mache das jetzt nochmal. Zwar Seelenstein, ich habe aber nur winzige, deswegen ist halt auch so schwach und Gegenstand Ach, guck mal, ich kann sogar den Ring verzaubern. Mein Stahlhelm. Ja, 1% wieder. Und wo ist es? Herstellen. So, und da wir gerade Blocken auf 30 gekriegt haben, so wie ich weiß, blocken wir das? Oh, was, Rüstung. Mal eben gucken. Naja, Blocken ist 23. Naja, Schwererrüstung fehlt nur ein Punkt. Und dann kann man die, glaube ich, upgraden. Naja, er fordert 30, genau. Und hier ist... Naja, das ist blöd. Was ist hier denn? Der sieht irgendwie gefangen aus. Schauen wir mal... Naja, warte, da kam ich her. Hier. Hier hinunter. Ihn Eierbeutel. Eeeh. Objekte, Waffen... Warte, komm mal hier. Bin immer noch da. Ich weiß. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Oh, nein. Jetzt habe ich ihre... Jetzt habe ich ihr was abgenommen. Eher wie geben. Dann mal los. Natürlich. Ich wollte schon sagen, da hört sich ja irgendwie ekelig an, oder? Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf? Nur ein... Nein. Oh, oh. Wir sind mir ein wenig stark. Voll feige. Oh, feige. Wie weit folgen die mir denn? Oh, sehr weit folgen sie mir. Nein. Es kommen drei. Und schnell weg. Boah. Zaubertrank der Heilung. Wenn ich die hier hochlocke und dann wieder runterrennen, müsst ihr eigentlich gehen, oder? Und dann die Falle aktivieren. Mann, ist das doof. Komm, einen werde ich doch platt machen können, oder? Nein. Oh, vergiftet und tot. Der müsste jetzt so auflösen, so. Nein. Oh, Mann. Genau. Er verrichtet sein Geschäft auf mich. Genial. Aber ich komme gleich noch mal rein, wenn Lydia wieder da ist. Nein, das ist nicht schon doppelt bekackt. Mann, bin ich ein guter Schütze. Oh, nein. Warte mal, wie sieht er denn mit meinem Trick aus, den ich jetzt vorhatte? Nein, Lydia, komm mit. Wir benutzen jetzt die Falle. Ja, die Falle. Na, wann kommen sie denn? Da ist er doch. Mal sehen, ob es funzt. Ja, spitze. Oh, er ist schon mal platt. Er ist sauber. Er ist zwei getötet. Und den dritten hole ich mir Mitte. Töte ich selber. Ich hoffe, da ist aber nicht der volle. Ich muss zugeben, ich finde die Höhle im Moment ein wenig schwer. will ich... Ich kann es noch nicht urg